Hey, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu FickDich, äh, Portal 2 mit Fabi und so. Ja, und so. XDX3 Blumeherz, ihr Süßen. Am Anfang konntest du ja schon sehen, wie ich hier Benjamin schon mal seinen Kopf geklautert habe. Nee, da hat man nicht mehr gesehen, hab zu spät ins Fenster geklickt. Ach, Mist. Ja, wie mache ich das eben nochmal? Zähne knirschen, mache ich halt auch das... Nee. Ja, bleib stehen, Ben, bleib, oh, verdammt. Ohh, das macht mich ganz traurig. Nee, 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 die, 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 nee, 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 nee. Es ist Kopf-Klautzeit. Mein Penis-Roboter schmerzt. Oh, oh, ich meinte Roboter-Penis, hey, sorry. Tut mir leid, Freunde. Falsche Aussprache, damit ist nicht zu spaßen. Ja, das ist korrekt. Warte auf Ihren Partner. Warte auf Ihren Partner. Warte auf Ihren Partner. Was für ein Partner. Betrügst du mich etwa? Was für ein anderer Partner? Ja, ich hab noch einen anderen. Ich hab den Y-Buggy. Tut mir leid, Ben. Du warst mir nicht mehr genug. Achtung. Springen, Jung. Da ihr zum Glück keine Menschen reißt, Super gut gesprungen. Dein Vater ist stolz auf dich, Ben. Mach dein scheiß Mortal hin. Niemals. Spring durch. Los. Oh, ich hab's mal geschärft. Hey. Wo du ihn putzt war? So. Geronimo. Hast du ja gedacht, ne? Kannst du mich trollen, ja, ne? Ne. Ja, komm. Hallo, Glados. Warte, ich will ein bisschen Dancing-Time machen. De, 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 Dancing Queen. Hi, hi. Shimona. Ich bin gelb. Du bist orange. Ich bin farbenblind. Ich bin farbenblind. Die farbenblind Queen. Dancing Queen. Ne, ne, ne. Ach, ja, ich muss dir erst helfen, ne? Ich kann ja gar nicht direkt jetzt sein. Oh, oh, oh. Du musst da hoch. Ach, danke für diese Information. Bitte, bitte. Was? Achtung. Bitte nicht wehtun, während des Sprungs. Sanks for flying with Turkish Airlines. Ein. Wir konnten leider kein Hochhaus finden, muss hier reinfliegen. Yeah. Okay. Meine Bälle wird berührt. Meine Bälle wird berührt. Seit wann bis zu bitte türkisch Wunderbar. die hat ihn sich sie sind sicherlich der Ball ist kaputt gegangen das ist wie der Ball ist kaputt gegeben aber es ist ein weiterer die Kategorie kann ich nicht vor der Beifahrung das ist jemanden vor Ort das kann die Gäste machen und das heißt er lässt sich nur ein Verliegen gesehen mehr es wird so einfach ich bin bei das ist der Bälle Koko Koko zu reinlegen umdrehen nehmen, dahin laufen, er geht kaputt komisch, obwohl da gar nicht dieser Energie was weiß ich auch immer ist ne, komisch ne oh Ben, oh tut mir leid oh war ich das oh sorry ne, ich glaub da war GLaDOS ja, es war GLaDOS, ja klar ja, shit happens, ne, kommt mal vor aber worauf es immer ankommt ne, aufstehen, Staub abschütteln ne, nochmal einen abschütteln ich meine tschüss bald oh, kommst du in meine Kabine ist noch ein bisschen Platz, du oh Mensch, Ben alter witziger dankeschön ich bin so müde komm ab in unsere Kojen hier ey, warte mal diese Schmerzen ich werde zerteilen oh mein Gott, das war, also der war wirklich niedrig das war voll nein, der, der hatte sehr viel Niveau, weil er von mir ja, weil der von unten kam hm, das sage ich jetzt mal nichts mehr not bad, not bad vertrunken darauf kann ich nur tanzen dad, dad, ii, ii, ii komm, mein Teamwork, Achtung, Teamwork, Teamwork ihr absolviert nur einen Pesner, Teamwork wir essen Sellerie und laufen auf Nickelodeon Eure heute ist es noch hohen Homeroid ich muss sie auf den roten Knopf drücken, das geht auch so oder ohja, 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 oh, ich will das in den Augen und um einう�, ich bin was um Prozent, dass er uns ja war nicht es ist aber und in Glas für den Schienen geschrieben hat, die Menschen sterben können es ist gleicher, egal wird es so besser inORDU und heute kommt noch ein bisschen ein noch schlafen ich kann auch ausgehen jetzt einmal gemütet b es kann sein auch hier und los hat sogar klappt super okay das ist ein Portal im Grunde er muss es jetzt machen die die es ist eine wunderschöne Figuren die ich hier gerade mache ja siehst du was ich mache? nee ich bin gerade in der Endlusschläufe ich seh nicht allzuviel man kann immer noch Tab drücken aber ok ui ooooh ich hab Kopfschmerzen obwohl ich ein Roboter bin ich habe Gefühle hast du? ich bin eine Biene wieder da ganz als wäre nichts geschehen ich bin eine Biene ich steche schon mal die Hände oh mein Gott boah ich zieh das Niveau von deinen Let's Plays einfach runter als unendlicher tut mir leid Leute es gibt auch noch so ein Teil das nennt sich schneiden wir nicht viel von machen müssen du kannst doch nicht dein Let's Plays beschneiden schafft man am besten die unsicherheit oh Gott das wird so weggepiept ne oh ja bitte die ging gerade noch mal muss man auch ungefähr so machen ne ja eigentlich dann geh mal bitte in die Endlusschläufe du gibst ein das Beispiel ab ob ich weiß dass die uns immer noch zu sagen Heizhoffschule Läden soll gar nicht aus mehr zu besuchten ich kann auch ausrufen du musst jetzt übrigens auf den Knopf das sind nicht allzu gern was das ist einfach so die Troll Plattform schlechthin verkehrt mit zum Beispiel mit uns zu machen es war ein Spiel der neue Person oder seit also der keine Uhr sein Juli die Modulich also Leute können uns nicht auf Ursaal erreichen wir haben jetzt auch Facebook für einen Monat lang die aktiviert alle voll nicht billig sind und weil er regeln in der Leiter von den Reifen die Treppe hier nimmst ich sage welche durch die eine Ehe kaputt bei der Welt Nein, du musst da hoch, damit dann einer annimmt! Der Gepär! Mann, ich bin der große Peabody! Boah, nein! Ah, Mann, die Tassel-Fände! Was, hier geht da hoch und nehm ich von unten und nehm ich ganz von oben an! Das war der Plan, aber du solltest das machen! Nein! Was nicht abgesprochen war, wird auch nicht gemacht! Du hörst mir nur nicht zu, wenn ich irgendwas absprechen möchte! Du hörst mir nie zu! Mann, Jo! Ich dachte, das geht schneller! Hab gedacht, wir sind keine Pärchen! Ihr möchtet den Test genießen! Lasst euch nur nicht von meiner bodenlosen Enttäuschung über euch davon abhalten! Ja, okay, klar, das! Das machen wir doch noch nicht! Ja, auch gut! Aha, übrigens auch wenn unser Facebook jetzt deaktiviert ist, ihr liked uns trotzdem, denn das hilft uns immer, also immer einen Daumen nach oben! Abonniert! Favorisiert! Favorisiert! Noch einen Kanal erstellt! Steckt am besten noch euren Penis in das Laufwerk eures PCs, das macht uns auch immer voll happy und so! Weil ihr dann überall Blut auf eurem PC habt und man denkt, ihr hättet irgendwen ermordet, aber habt ihr ja gar nicht! Und habt ihr ganz viel Spaß mit der Polizei! Oh, danke schön, Lardos! Ey, warte mal, als Let's Player ist es eigentlich noch unsere Pflicht, jetzt nochmal die Telekom zu haten, finde ich! Ist es an der Zeit, Benjamin? No, Reiz für Telekom! Ah, I love Telekom, Telekom Rolz! 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 nicht mehr die mussten sich als Gäbe und hat er halt die andere Seite sitzt St. 1 so als jetzt erstickt dann an einen scheiß roten Knöpfen Akerl das ist ja drei Kugeln 2 1 Aua 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 auch der Kugel die ist auch auf von den Prozent Prozent für sich an der Welt die Karte dieses Aura war auf der Karte vom Aura war 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 wir sind wir sind sehr hunderte Rez wir haben zu reizen es ist die Tourer zu Rätts Arsch Arschlochke du hast noch keine Säure das wird vorhin einiges sagen ja und mit dem Kartoffeln aus Porto 2 der die Kartoffeln von Vortil 2 mit einer Kartoffel nachher noch an der ich weiß nicht wie es habe ich euch hier voll Prozent oder Ende vorweggenommen er hat es ihm nicht das Ende aber okay ich weiß aber ich hätte auch das Ende dieser Kartoffeln zu holen es endet genauso genauso was zu verstanden durch die die Minierungen bei ihm alle Bälle vorher bittet er dann veröffentlicht einen Angriff Köln hoch hoch die geistreich hier jaja wenn der Teil der Kettensäge ich komme mit der Pumpgun an ich gebe euch Kockmann kann ich jetzt auch die Karriere als Rapper machen also ich von mir aus die Christen daumen nach oben kommst in das um die zwei Tonnen Rekord genau in der Rekordkurs er kriegst jetzt hier so ein wenig auch in die Köln ich habe den letzten Testgeschick zu Ende veröffentlicht ich wusste ihr würdet es schaffen ich habe draußen ein springendes Reh beobachtet